16.08.2019. 21.50. Für mich ist das nur Rumgebölke. Wie gesagt, es ist keine Musik zu hören. Jetzt sollte man mal an der Lautstärke der Sänger und Sängerin was tun. Kann nicht im Sinne des Erfinders sein, von wegen Lärmschutz. Wir liegen teilweise an der Spitze bei 85 Dezibel. Wie geht es?